Ja, hier sind wir in unserem Makerspace. Wir haben hier verschiedene Verfahren, um etwas zu produzieren. Ein additives Verfahren mit dem 3D-Druck, wo wir zum Beispiel etwas herstellen können, was wir eigentlich gar nicht mehr so gerne herstellen. Pikachus werden immer gerne aus dem Internet geladen und gedruckt. Viel schöner finde ich, aber eigentlich, wenn jemand selbst kreativ wird, wie hier zum Beispiel bei diesem Boot. Das ist ein Avocado, kein Hilfe. Steckt ein bisschen eine Geschichte hinter Avocados fahren. Eine sehr weite Strecke, bis sie hier ankommen, verbrauchen sehr viel Wasser. Mit diesem Boot, was mit dem Wasserspiegel absinkt, kann man die sehr toll keimen lassen. Im Workshop geht es da ein bisschen drum, dieses Grunddesign im 3D-Verfahren zu verstehen. Anderes Verfahren ist hier ein subtraktives Verfahren. Die Fräse nimmt Material weg, zum Beispiel hier unser ADHS-Zebra. Die Augen, der Mund, die Buchstaben leicht reingefräst. Den restlichen Teil komplett ausgefräst. Das Ganze kann man auch zu dreidimensionalen Dingen zusammenbauen. Hier ein Text reingefräst, hier in Kombination mit Mr. Beam. Etwas reingelasert und das Ganze dann so präzise ausgemessen, dass es hinterher zusammensteckbar ist und als Würfelturm hält. Viele Dinge sind hier möglich. Für die etwas Älteren gibt es zum Beispiel auch etwas Wanddeko. Ein schöner Hirsch, der ein bisschen was mit Kräutern zu tun hat, zum Beispiel. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen. Oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut. Vielen Dank.